... ... ... Besonders freu ich mich auf die T6, muss ich ganz ehrlich sagen. Luftfahrt geschickt. -'n‰ M-F–5 Sch twice Und hab ich sie gegenüber ergeben an dem Start. Hier sehen wir mal nach links,85. Dort hinten ist der St Fangpunkt. Dort sieht'n wir dann auch schon um die D4-300 wir sehen die A721 und die BR9-F-5 So, im Moment lässt also gerade die Absetzmaschine für die Tandemsprünge wieder ihren Motor an, eine Cessna 182 und wir haben bei der, bei der, oh jetzt hier die T6 Leute, das müsste jetzt wollen wir mal gucken, ob wir die Fallschirmspringer auch gleich sehen, müssen also dann zwei Punkte sein, ob wir sie wollen sehen, bevor die Schirme aufgehen, ich bin echt gespannt, ob es, oder ob es so einfach wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017